Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube Video auf meinem Kanal. Heute machen wir das 15.Törchen auf dem Nivea Kalender. Das 15.Törchen ist hier oben, wie man sieht. Ich werde es einmal umdrehen, wenn ich es mir gewöhnt bin. Es geht fast etwas besser, das aufzutun. Es sind etwas knifflige Sachen, aber Nivea macht es super. Es ist so ein Schwamm, um das Gesicht zu reinigen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video unbedingt ein Like. Lasst ein gratis Abo da, freut mich für jeden neuen Abonnent. Und vergesst nicht die Glocke zu aktivieren, damit ihr immer nachrichtiget werdet, wenn ein neues Video online kommt. Herzlich willkommen am 133. Abonnent, den ich auf meinem Kanal bekommen habe. Viel Freude und viel Spass auf meinem Kanal. Ich empfehle den Kanal euren Freunden, euren Kollegen, euren Verwandten und Bekannten, damit sie noch etwas mehr wachsen kann. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr so gerne für Beautyprodukte braucht. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis heute Abend. Ich habe euch alle mega fest gerne da draussen. Tschüss zusammen. Birgit他的 abonnent! ihr